Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video, denn eigentlich wäre ja heute die dritte Folge des Community Cups dran gewesen. Leider denken sich einige aus diesem Cup oder beziehungsweise aus meiner Gruppe oder überhaupt aus diesem Cup, ja kein Bock mehr, ist doch nicht mehr so cool dieser Cup, wird mir langsam doch ein bisschen blöd und ja jetzt stehe ich da mit den ganzen Coins und weiß nicht was ich machen soll. Denn dieser Cup geht nicht weiter, ich habe jetzt schon die Mannschaft, ja was heißt, gebaut, schon wie ihr sie gewählt habt, aufgestellt und ja, habe jetzt seine Mannschaft und jetzt bricht der Cup einfach ab. Nice. Auf jeden Fall finde ich es schade, weil euch hat der Cup nämlich eigentlich sehr gut gefallen, ihr habt immer eingeschaltet, habt euch immer für eins der beiden Paare aus abgestimmt und ja, jetzt ist der Cup zu Ende und ich weiß nicht was ich machen soll. Auf jeden Fall wollte ich dann heute eigentlich die Community Cup Folge aufnehmen, aber auf jeden Fall geht das dann nicht. Ja, jetzt weiß ich nicht was ich machen soll, schreibt bitte in die Kommentare, was ich als nächstes Video machen soll. Footdraft, Pack Openings lieber nicht, dann vielleicht online weiß was ich was. Denkt euch auf jeden Fall mal irgendwas aus, ich denke mir auf jeden Fall auch noch was aus, aber meine Zeit ist ein bisschen knapp, ich habe nicht so viel Zeit jetzt noch. Irgendwas längeres aufzunehmen, deswegen dann nächste Woche mache ich dann das, was ihr wollt oder ich habe mir was ausgedacht, vielleicht habt ihr auch das gleiche geschrieben, was ich gedacht habe. Auf jeden Fall, ja das war es eigentlich, was ich euch heute sagen wollte und ja, ich wollte jetzt auf jeden Fall demnächst vielleicht ein Zweitkanal machen, wo fünf Artenvideos, Lifehacks, Pranks, weiß was ich was kommen und dazu packe ich euch mal hier den Abstimmungslink in die Videobeschreibung. Da müsst ihr einfach nur draufklicken und da ist alles kostenlos, müsst ihr einfach nur abstimmen, das was ihr wollt. Oder ob ich halt diese Videos dann auf diesem Zweitkanal machen sollte oder auf dem Kanal hier, den ihr gerade guckt. Ja, das war es eigentlich auch von diesem Video. Ich finde es auf jeden Fall schade, dass der Cup zu Ende ist. Ja, lasst auf jeden Fall ein Abo da, falls ihr neu seid oder ein Like. Eigentlich beides wäre am besten auf jeden Fall. Demnächst, nächste Woche wird noch ein, na ich sag's mal lieber nicht, eine Special-Folge kommen, was ganz Besonderes, worauf ihr euch jeden Fall jetzt schon mal freuen könnt. Denn, ja, ich sag's lieber nicht, sonst verrate ich wieder zu viel. Auf jeden Fall, seid gespannt. Folgt mir übrigens jetzt auch auf Instagram, verlinke ich euch auch unten oder schreibt euch meinen Namen rein. Folgt mir da auf jeden Fall auch und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Kojo ist raus, seid mir nicht böse, beziehungsweise ich kann ja sowieso nichts dafür. Ich sag mal wieder scheiße, tschüss.